Peter Hane ist ein Ausnahmetalent. Ihm gelingt es, dass er seine Gaben für die Aufgaben nutzt, die Gott ihm hier auf Erden gestellt hat. Er schafft es, schwierigste Sachverhalte so tief zu sehen, dass sie einfach werden. Ich glaube, wenn die Kirchen Erfolg haben wollen, dann müssen sie mehr Hane wagen.